Helene Fischer ließ zuletzt ihre Fans an den Vorbereitungen für ihre Megatour teilhaben. Im kommenden Jahr wird sie für insgesamt 70 Konzerte auf Bühnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz stehen. Die 38-Jährige meinte, dass Turnien schon immer Meilensteine ihrer Karriere gewesen seien. Ihre Fans sollen Erlebnisse geboten bekommen, die es so vorher noch nicht gegeben habe. Auf Instagram sagte Helene, bevor ich aber die Vorweihnachtszeit so richtig genießen kann, wartet noch ein bisschen Arbeit auf mich. Der Dezember sei ihr absoluter Lieblingsmonat, betonte sie. Im Interview mit exklusiv wegend bei RTL gab Helene weitere Einblicke und verriet, was bei ihr an Weihnachten auf den Tee. Werde Die Lieblingsmonat Kommete Kommete